Europa hat wieder eine eigene Rakete. Blut, Schweiß, Tränen und viel Häme musste die ESA und die Ariane-Gruppe die letzten Jahre ertragen. Die Erleichterung ist jetzt nach dem Bilderbuchstart mit Sicherheit riesig. Bilderbuchstart? Ja, die Fähigkeiten einer Orbitalrakete, die wurden definitiv demonstriert. Ein großer Vermarktungspunkt der ESA für die Ariane 6 ist die wiederzimmbare Oberstufe. Und genau da gab es dann später im Flug eine Anomalie. Wie schlimm das war und was das für das weitere Ariane 6 Programm bedeutet, das schauen wir uns heute an. Herzlich willkommen zu Senkrechtstarte, dem Raumfahrtkanal im deutschen Sprachraum. Wie mühselig waren denn bitte die letzten Jahre für die europäische Raumfahrt? Nach dem James-Webb-Bilderbuchstart am 25. Dezember 2021, ja mit Sicherheit die bedeutendste Nutzlast, die je mit einer europäischen Rakete befördert wurde, kam ja eine Hiobsbotschaft nach der anderen. Russischer Überfall auf die Ukraine und damit der Ausfall der Soyuz als Trägerrakete für Europa. Absage der Mars-Mission mit dem Rosalind Franklin Rover, mittlerweile ist die ja wieder auf Kurs. Fehlstart der Vega C beim zweiten Flug und peinliche Qualitätsprobleme bei der Vega 1. Eine Ariane 6 Verschiebung nach der anderen und schließlich letzter Ariane 5 Start, Vega am Boden und Ariane 6 noch nicht einsatzbereit. Autonomer Zugang zum All für Europa, die minimale Anforderung für eine ernstzunehmende Raumfahrtagentur für die ganze Welt sichtbar, die ESA hatte da versagt. Europa musste sich sogar mit kritischen Missionen an den Hauptkonkurrenten SpaceX wenden. Dieses dunkle Kapitel der europäischen Raumfahrt ist nun, hoffen wir, vorbei mit dem erfolgreichen Ariane 6 R Start. Hoffentlich jetzt der Befreiungsschlag und frei werdende Energie und Ressourcen, um die europäische Raumfahrt zukunftsfähig zu machen. Ja, man konnte in den letzten Jahren fast den Eindruck bekommen, ESA, das ist viel Politik und wenig Raumfahrt. Das ändert sich hoffentlich und wir wollen uns hier natürlich über die Technik unterhalten und daher kommen wir zur Rakete. Die Ariane 6 II beim Erststart, die war 56 Meter hoch, 540 Tonnen schwer und hatte einen Startschub von gut 856 Tonnen. Ein Großteil des Startschubs, das kommt beim Start dann von den P120 Feststoffboostern, die jeweils 357 Tonnen Schub erzeugen und die übrigens auch als R-Stufe die Vega C antreiben. Auf dem Jungfernflug der Ariane 6, da waren zwei Booster, daher auch der Name Ariane 6 II. Die aktuell stärkste Variante, die Ariane 6 IV, die hat dann vier Feststoffbooster. Die Zentralstufe mit 5,4 Metern Hauptdurchmesser wird von einer produktionsoptimierten Variante des Ariane 5 Haupttriebwerk Wüken 2.1 angetrieben. Dementsprechend, wie auch bei der Ariane 5, Wasserstoff und Sauerstoff im offenen Gasgeneratorzyklus. Hauptbeitragszahler des Ariane-Programms ist Frankreich und somit auch der Großteil des Geo-Returns hier und unter anderem die Fertigung der Hauptstufe in Frankreich. Deutschland mit fast 21 Prozent, der zweitgrößte Beitragszahler und historisch schon immer für die Oberschufen der europäischen Trägerraketen zuständig. Die Oberstufe mit dem neuen wiederzündbaren Vinci-Triebwerk, das verbrennt auch flüssigen Wasserstoff und Sauerstoff, allerdings in einem geschlossenen Expansionszyklus. Wie der funktioniert, das erkläre ich euch am besten in meinem Video über das amerikanische RL10, das verlinke ich euch unter dem Video. Damit das Vinci wiederzündbar ist, gibt es ein Hilfsaggregat, die Auxiliary Power Unit, kurz APU. Die sorgt für den richtigen Tankdruck, versorgt das Reaktionskontrollsystem und bereitet das Vinci vor der Wiederzündung im Orbit vor. Da gab es auf dem Erstflug jetzt leider ein Problem, dazu aber gleich mehr. Du interessierst dich für Raumfahrttechnik und überlegst, was du in diesem Bereich studieren kannst? Hier ein Shoutout für den einzigartigen Studiengang Physik und Technologie für Raumfahrtanwendungen an der Justus-Liebig-Universität Gießen in Zusammenarbeit mit der Technischen Hochschule Mittelhessen. Hier erwartet dich eine spannende Mischung aus Physik und Elektrotechnik, immer mit einem Schwerpunkt auf Raumfahrt. Dank der Kooperation beider Hochschulen bekommst du sowohl theoretisches Wissen als auch praktische Erfahrung. Mit dem hohen Anteil an Wahlpflichtmodulen kannst du dein Studium nach deinen Interessen gestalten, ob lieber mehr Physik, Elektrotechnik oder Maschinenbaumodule. Ja und in Hessen, da kannst du übrigens auch mit Fachhochschulreife einen Universitätsabschluss machen. Der Studiengang ist deutschlandweit einzigartig, da ja Physik und Raumfahrtanwendung kombiniert. Ein Vorpraktikum, das brauchst du übrigens nicht, du kannst also stressfrei diesen Winter schon loslegen. Ich will in den nächsten Wochen mal hinfahren, weil dort unter anderem an Ionentriebwerken und Raumfahrtelektrotechnik geforscht wird. Ich bin da total gespannt, was auf mich wartet. Wenn das für dich auch interessant klingt, dann schau doch mal einfach in meinen Link zum Studiengang, der ist unter dem Video. Aber zurück zum Ariane 6 Air Start, den haben wir uns mit fast 13.000 Raumfahrtbegeisterten auf Senkrechtstarter gemeinsam live angeschaut. Ich habe mich auch total gefreut, dass ich mit Adrian von NASA Space Flight einen kundigen Co-Moderator hatte. Und außerdem mag ich Adrian total gern, einfach ein lieber Kerl. Es war einfach ein Raumfahrtabend unter Freunden. Ja, obwohl noch nicht offiziell angekündigt, Adrian wird natürlich auch wieder beim Space Creator Day dabei sein und freut sich mega auf die Vorabendparty zum Space Creator Day. Denn Senkrechtstarter wird ja 5 und das will ich mit euch feiern. Link dazu findet ihr auch unter dem Video. Ariane 6 Air Start. Bis auf das Verschieben um eine Stunde lief in der Vorstartphase alles wie am Schnürchen. Gut für uns Streamer, dass die ESA das Livebild der Rakete auch vor dem offiziellen Stream zur Verfügung gestellt hat. Um kurz vor 21 Uhr deutscher Zeit, dann ging es dann aber los. T-7 Sekunden wurde das Wilken Haupttriebwerk gezündet. Die Flugsteuerung hat das Brennverhalten und den Zustand der Rakete für gut befunden. Woraufhin dann Punkt 21 Uhr die P120 Feststoffbooster gezündet wurden. Feststoffbooster, dazu habe ich ein eigenes Video. Das verlinke ich dir unten in der Beschreibung. Wir sind T-Zero und die erste Ariane 6 Rausch gegen Himmel. Leider kein guter Startton im Clean Feed der ESA. Da die Bitte an die Mediateams, bitte, 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 guter röhrender Startton. Da sind auch ein paar Euro für einen guten Toningenieur meiner Meinung nach sehr gut investiert. Vor allem, da die Feststoffraketen ja akustisch deutlich beeindruckender sind als reine Flüssigtreibstoffraketen. Gut gefallen haben uns natürlich die Bilder aus der Rakete. Kleine Funkunterbrechung geschenkt. Aber genau diese Bilder, die machen Spaß beim Livestream. Also da ein großes Kompliment an die ESA und die Ariane Group für die Bilder aus der Rakete. Die Hauptstufe mit dem Wilken 2.1, die brannte munter vor sich hin. Wobei der Großteil des Schubs, wie gesagt, durch die beiden Feststoffbooster bereitgestellt wurde. T plus 2 Minuten und 16 Sekunden. Die Feststoffbooster, die brannten aus und wurden von der ersten Stufe der Ariane 6 getrennt. Das leichte Delay zwischen Boden- und Onboard-Kameras, das führte dazu, dass wir diesen wichtigen Moment gleich doppelt sehen konnten. Und vor allem aus der Rakete aus nächster Nähe. Daumen hoch für Onboard-Kameras. Ähnlich wie bei der Ariane 5 und dem SLS, brennt die Hauptstufe der Ariane 6 dann relativ lange. Ein wichtiges Ereignis vor Brennschluss dann das Abwerfen der Nutzlastverkleidung. T plus 3 Minuten 39. Klar, wenn die Atmosphäre so dünn ist, dass der Fahrtwind die Nutzlast nicht mehr gefährdet, dann weg damit und alles raus, was keine Miete zahlt. Laut Plan dann T plus 7 Minuten und 35 Sekunden. Das wir kennen 2.1 Triebwerk wurde abgeschaltet und die Stufentrennung erfolgte nur wenige Sekunden später. Wichtiges Event, nicht wenige Raketen haben auf dem Erstflug genau hier oder bei der Triebwerkszündung in der Oberstufe Probleme und scheitern. Aber die Stufentrennung gelang und auch die Zündung des Oberstufen-Winchen-Triebwerks bei etwa 8 Minuten Flugzeit gelang. T plus 8 Minuten 53 Sekunden wurde das Hilfsaggregat der Oberstufe, die APU, Auxiliary Power Unit, aktiviert. Die APU, die bedrückt die Tanks der Oberstufe, breitet das Winchig-Triebwerk für erneute Zündung vor und liefert bei Bedarf zusätzlichen Schub. Von dem wichtigen Moment der Stufentrennung bekamen wir leicht nachgelagert im Livestream dann auch Bilder aus der Oberstufe. Adrian und ich, wir waren etwas überrascht, wie dicht die Hauptstufe dann da an der Oberstufe weggedreht ist, wobei wir da beide vielleicht ein bisschen viele Felke-Neinstarts gesehen haben. Ja, und das MVEC von SpaceX ziemlich überdimensioniert ist für eine Oberstufe. Ja, auch ein Punkt dürfte die Größe der Ariane 6 Hauptstufe sein. Mit 5,4 Metern ist die deutlich größer als die Felke-Neinstarts mit ihren 3,6 Metern. Das Winchig-Triebwerk, das brannte dann munter die Ariane 6 Oberstufe mit Test-Nutzlast in Richtung Orbit. Die eigentliche Nutzlast, das waren auf diesem Flug ja die Flugdaten. Großteil der Nutzlast war bei diesem Flug tatsächlich ein Massensimulator. Wir erinnern uns an den Ariane 5 Air-Start und auch den japanischen H3 Erstflug. Beide gingen schief und teure Nutzlasten gingen so verloren. T plus 18 Minuten 23 Sekunden, das Winchig-Triebwerk, das schaltete sich zum ersten Mal ab und ging in einen etwa 35 Minuten dauernden Freiflug über, der dann in Schwerelosigkeit natürlich stattfand. Ein weiterer kritischer Moment, T plus 56 Minuten 20 Sekunden nach dem Start, Abschluss der Freiflugphase und das Winchig-Triebwerk zündete für 22 Sekunden erneut und stellte den gewünschten kreisförmigen Orbit in etwa 580 Kilometern Höhe her. Damit hatte die Oberstufe die Kernfähigkeit des Wiederzündens bewiesen und auch das dafür nötige Hilfsaggregat hatte funktioniert. Dementsprechend Erleichterung bei den Teams vor Ort in Kuru, aber auch natürlich unter anderem in Bremen, wo ja die Oberstufe gebaut wird. Kurz darauf etwa eine Stunde und sechs Minuten im Flug wurden nacheinander die ersten Nutzlasten ausgeworfen. Bis hierhin wirklich ein Bilderbuchstart. Glückwunsch an alle Beteiligten und zu Recht kann von der Demonstration einer einsatzbereiten Orbitalrakete gesprochen werden. Auch wenn das genauso in den ersten offiziellen Statements vor dem Jupiter-Kontrollzentrum in Kuru durch die Offiziellen so beschworen wurde, muss zu diesem Zeitpunkt eigentlich schon klar gewesen sein, dass etwas nicht ganz nach Plan verläuft. Vielleicht konnte man das auch zwischen den Zeilen lesen. ESA-Generaldirektor Josef Aschbacher sagte, der Start sei nur der erste Schritt und es liege noch viel Arbeit vor uns, aber man sei entschlossen, die Zukunft der europäischen Raumfahrttransportsysteme zu verändern. T-Plus eine Stunde, 14 Minuten im Flug. Hier sollte die APU oder die Auxiliary Power Unit, das Hilfsaggregat erneut gestartet werden, um geringfügige Bahnkorrekturen und die Tankdrückbauaufschlagung vorzunehmen. Die APU, die sollte 35 Minuten lang betrieben werden, schaltete sich jedoch kurz nach der Aktivierung ab. Als ich später in den offiziellen Livestream reinschaute, da war eine deutliche Kursabweichung zum Plankurs zu sehen. Eigentlich sollte bei T-Plus 2 Stunden 37 Minuten das Vinci-Triebwerk seine dritte und letzte Zündung durchführen, um somit den Deorbit einzuleiten, also dass es kontrolliert wieder runtergeht in die Atmosphäre und dort verglüht. Erst danach wären die beiden Wiedereintrittskapseln von der Ariane Group und der Exploration Company ausgeklickt worden. Es kam, wie gesagt, anders in der offiziellen Pressekonferenz nach dem Start. Da wurde bestätigt, dass es einen erfolgreichen Start gab und Europa nun zurück im Weltraum ist. Ganz interessant fand ich da auch, dass das Startdatum um den gestrigen 9. Juli herum wohl seit einem halben Jahr feststand und man seitdem die Vorbereitung wie am Schnürchen über die Bühne gebracht hat. Wichtig sei die erste Demonstrationsphase des Flugs gewesen und die habe wie geplant funktioniert und die Fähigkeiten der Ariane 6 bewiesen. Dazu gleich mehr. Zur erneuten Zündung der APU hieß es, diese habe gezündet, sei aber kurz darauf ausgefallen und aktuell wissen wir nicht genau warum. Daraufhin habe die Flugsteuerung Vinci nicht erneut gestartet, da die Oberstufe ja ohne die APU nicht einsatzbereit ist. Als Konsequenz wurde die Oberstufe dann passiviert. Das heißt, der Treibstoff wurde abgelassen, damit die Oberstufe nicht explodiert und viele Teile an Weltraumschrott produziert. Trotzdem hat man natürlich mit der Oberstufe ein Riesenstück Weltraumschrott erzeugt und das ist so ein Stück weit peinlich, weil man gerade das Wiederzünden und gezielte Deorbiten oder Entsorgen in eine Friedhofsumlaufbahn als großes neues Feature der Ariane 6 gegenüber der Ariane 5 vermarktet hatte. Ja, nun hat man eine weitere Ariane Oberstufe, die als Weltraumschrott endet und deren Verbleib man nicht unter Kontrolle hat. Das war jahrzehntelang Praxis und einige Raketen, die machen das auch heute noch so. Die feine Art ist es nicht und nur Wochen nach der Zero-Debris-Charta der ESA ist das Ganze dann doch etwas peinlich, zumal in der ESA-Charta steht, dass man ja 2030 ein Netto-Null erreichen möchte. Ja, und da es keinen Deorbit-Burn gab, wurden auch die beiden Wiedereintrittsnutzlasten der Ariane Group und der Exploration Company nicht ausgeworfen. Hier der gleiche Grund, man möchte nicht unnötig Weltraumschrott erzeugen und die Masse dann lieber zusammenhalten, was dann auch vom Boden leichter zu verfolgen ist. Wie lange die Oberstufe im Orbit bleibt, das konnte auf der Pressekonferenz nicht beantwortet werden. Da sollten in den kommenden Tagen mit Sicherheit Experten zu Schätzungen abgeben. Meine Faustformel ist so ISS-Höhe, also alles unter 500 Kilometer, etwa Jahre, 500 bis 800, dann geht das schnell in die Jahrzehnte und darüber hinaus dann auch schnell Jahrhunderte oder sogar Jahrtausende. Ganz unwissenschaftlich, weil da viel mit reinspielt, Masse, Oberfläche und Orbit, aber damit ihr so eine grobe Idee habt, worüber wir reden. Ja, und wie geht es jetzt weiter? In der Pressekonferenz hieß es, man sammle jetzt alle Daten und könnte dann in den nächsten ein bis zwei Wochen eine erste Analyse geben, vor allem dieser APU-Fehler. Das klang sehr optimistisch, würde mich sehr freuen, wenn wir da schnell erfahren, was schiefgegangen ist. Für mich auch absolut plausibel, dass bestimmte Systeme und Prozesse nicht auf der Erde getestet werden können und daher auf dem ersten Testflug auch Probleme auftreten können, die man dann vorher so nicht auf dem Schirm hatte. Da haben Ingenieure meiner Meinung nach auch oft einen undankbaren Job, weil wenn Fehlerursachen verstanden sind, dann sagen ja immer alle, es sei offensichtlich bzw. möglich gewesen, das vorab zu antizipieren. Aber es ist eine riesige Aufgabe und man läuft da auf Messerschneide, ob man sich in Schwarzmalerei und Overengineering verliert oder naiv unterschätzt, ungeeignete Technik zu fliegen. Apropos Fliegen. In der Pressekonferenz wurde betont, die Ariane 6 sei jetzt einsatzbereit und das abgeflogene Profil das Reiche für die kommenden Missionen und Nutzlasten aus. Ariane Spass-Chef Stefan Israel, der ließ sich auch nicht nehmen, zu sagen, das geflogene Profil das habe ausgereicht, um dem MTGS-Satelliten zu starten, den Eumetzat ja nur zwei Wochen vor dem Ariane 6-Start überraschend auf SpaceX umgebucht hatte. Eine Ergänzung vielleicht dazu von mir, dass für MTGS mit der Ariane 6-4 die stärkste Variante zum Einsatz gekommen wäre. Also nicht ganz das, was auf dem Jungenfernflug jetzt demonstriert wurde. Der zweite Flug der Ariane 6, der soll dann im Dezember für das französische Militär erfolgen. Wobei auch hier eine positive Nachricht mit Vega im September und Vega C Ende November sollen ebenso die beiden anderen Sorgenkinder der ESA dann wieder an den Start gehen. Ja, wie realistisch das ist, dass die Ariane 6 jetzt praktisch direkt in die nächsten Flüge geht, das werden dann die technischen Analysen zeigen. Es ist ja nicht auszuschließen, dass es einen systematischen Fehler der Oberstufe oder der APU gab, der jetzt entdeckt wurde. Wenngleich wir das natürlich nicht hoffen. Ja, und hoffen ist das richtige Stichwort. Ich hoffe, dass mit dem erfolgreichen Ariane 6-R-Start nun endlich Ruhe in die europäische Raumfahrt einkehrt, was Krisen angeht. Wer meine News regelmäßig schaut, der weiß, was in der Raumfahrt gerade abgeht. Das heißt, auf der einen Seite wünsche ich mir Ruhe in der krisengeplagten europäischen Raumfahrt, aber auf der anderen Seite müssen wir endlich mal Hackengas geben. Ja, und apropos Hackengas, ohne die Menschen, die Senkrechtstarter regelmäßig unterstützen, da wäre der Kanal nicht möglich. Besonders danke und möchte ich da den Schutzengeln, die Senkrechtstarter regelmäßig monetär unterstützen. Als kleines Dankeschön gibt es ja für die Schutzengel alle meine Videos vorab und ohne Werbung. Vielen, vielen Dank. Wenn auch du aktiv mithelfen möchtest, den deutschen Sprachraum für Raumfahrt zu begeistern, genau unter dem Video findest du einen Link zur YouTube-Kanal-Mitgliedschaft. Du willst Raumfahrtbegeisterung zu deinem Beruf machen? Hier noch einmal ein Shoutout für den Studiengang Physik und Technologie für Raumfahrtanwendungen an der Justus-Liebig-Universität Gießen. Link zum Studiengang unter dem Video. Ich hoffe, meine Ariane 6-R-Start-Zusammenfassung, die hat dir gefallen. Wenn ja, den Like nicht vergessen. Die Raumfahrt ist und bleibt spannend. Hashtag Apollo-Moment. Und ich würde sagen, bis dann zu den News am Wochenende. Immer schön senkrecht bleiben, dein Mo.